Eine Innovationsgeschichte. Die Geschichte des Drehmomentschlüssels ist die Geschichte von Sturtevent Richmond. Mitte der 20er Jahre erfand und patentierte Walter P. Chrysler den anzeigenden Drehmomentschlüssel. Es handelte sich um den ersten industriell hergestellten Drehmomentschlüssel. Walter P. Chrysler ermächtigte Paul Sturtevent, sein neues Werkzeug zur Fehlervermeidung zu verkaufen und herzustellen. Dies war die Geburtsstunde der Drehmomentschlüssel. Paul Sturtevent gründete sein Unternehmen im Jahre 1940. Sturtevent entwickelte vorhandene Werkzeuge weiter und entwarf und baute neue, um den steigenden Bedarf der Hersteller zu decken. Frank Livermont gründete das Richmond-Unternehmen im Jahre 1940. Der erste Drehmomentschlüssel mit Feinsteinstellung. Die Sicherheitskupplung. Der erste Drehmoment-Analysator. Das erste Drehmoment-Testgerät für Elektro-Werkzeuge. Der erste einstellbare Drehmomentschraubenzieher. 26 von Frank Livermans nationalen und internationalen Patenten hängen mit dem Drehmoment zusammen. Der wirtschaftliche Aufschwung der amerikanischen Nachkriegsjahre machte neue Werkzeuge mit höherer Produktivität erforderlich. Sowohl das Sturtevent als auch das Richmond-Unternehmen deckten diesen Bedarf und nahmen auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle ein. Investoren, die das Unternehmen Cleco Air Tools besaßen, wollten die Patente für Livermont Sicherheitskupplung erwerben. Als es Cleco nicht gelangt, die Patente zu kaufen, kaufen sie das Richmond. Cleco und Richmond fuhren fort, ihre Erfindung des Schwalbenschwanzsystems mit austauschbaren Köpfen weiterzuentwickeln. Im Jahre 1974 fusionierten Sturtevent und Richmond, um die weltweit vollständigste Drehmomentproduktlinie zu schaffen. Seit 1984 gehört Sturtevent Richmond zu Ryson Incorporated, ein familiengeführtes Unternehmen. Als Ryson Sturtevent Richmond 1984 kaufte, beschäftigte das Unternehmen immer noch einige Mitarbeiter, die von Paul Sturtevent eingestellt worden waren. Ganz egal, wo sie sich auf der Welt befinden, sie werden Sturtevent Richmond-Werkzeuge im Einsatz. Sie werden auch auf Sturtevent Werkzeuge treffen, die auf und unter dem Ozean arbeiten. Oder in einer schwierigen Umgebung, in der es auf absolute Verlässlichkeit der Werkzeuge ankommt. Die Innovationskraft der Sturtevent Richmond DNA zeigt sich in allen Produkten. Während Industrieblogger drahtlose RF-Werkzeuge vorhersagten, Sturtevent Richmond-Werkzeuge sind schlanker als jeder olympischer Turner. Aber Anpassung. Die Global Aid und Exakta Digital Wireless Schraubenschlüssel sind die neuesten Werkzeuge zur Fehlervermeidung. Für ein schlankes Produktionsverfahren brauchen Sie schlanke Werkzeuge. Wie können wir Ihnen helfen, Variablen in Ihrem Prozess auszuschließen, wenn wir dies nicht bei unseren eigenen Schrauben schaffen? Wir entwickelten unsere eigene Drehmoment-Werkzeuge-Software, um eine bessere Kalibrierung zu erreichen. Unsere Kunden erwarten, dass unser Messtechnik-Labor die höchste A2LA-Zertifizierung besitzt. Wir sind nicht nur der einzige Werkzeughersteller, der ISO 17025 zertifiziert, sondern wir erfüllen auch die ROHS-Richt. Kein Werkzeug oder Testgerät verlässt unser Unternehmen ohne Zertifizierung. Seit über 70 Jahren sind wir ein stilles Unternehmen. Auch wenn die Teams unsere Werkzeuge nutzen, um ihre Autos zu bauen. Wir zahlen nicht, um unseren Namen auf den NHRA-TRAXERS zu sehen oder auf Formel-1-Sportwagen. Sie werden unseren Namen nicht als Sponsoren bei NASCAR-Rennen sehen. Wir geben keine Millionen aus, um unseren Namen zu bewerben. Im Grunde genommen werben wir fast überhaupt nicht. Wir werben nicht viel, weil wir keine Werkzeuge für jedermann haben. Wir stellen anspruchsvolle Industriewerkzeuge her. Wir machen Werkzeuge, die haltbar, präzise und leicht bedienbar sind. Wir stellen Werkzeuge her, die den Belastungen eines intensiven Industrie- und Montageeinsatzes gewachsen sind. Wenn ein Werkzeug unsere Tester überlebt, überlebt es auch in ihrer Werkstatt. Oder wo auch immer die Werkzeuge eingesetzt werden. Wir haben immer in die Entwicklung neuer Produkte investiert. Wir kaufen ständig neue, produktivere Ausstattungen, um mit der Lieferung unserer Werkzeuge nach. Statt über uns zu sprechen, sprechen wir lieber über Ihre Prozesse und wie wir Ihnen helfen. Seit mehr als 70 Jahren helfen wir Unternehmen, bessere Produkte herzustellen und Abfall zu verringern. Wie können wir Ihnen helfen und Nesca für die Nutzung Ihres Videomaterials?